Es gibt viele Missverständnisse, wenn es um Diversität geht. Manche glauben, Diversität sei nur eine Human Resources Checkliste und nicht ein integraler Bestandteil der Unternehmenskultur. Und das ist falsch. Man sollte als Unternehmen realistische Maßnahmen ergreifen, um zu zeigen, dass man das auch ernst meint. Unternehmen, wie z.B. Salesforce, haben öffentlich ihre Verpflichtung zur Gleichstellung der Geschlechter demonstriert. Sie haben beispielsweise eine umfassende Überprüfung der Gehälter durchgeführt, um Unterschiede zu beseitigen.